Hast du schon mal die Nacht in einem echten Kloster verbracht? Diese Möglichkeit hatte ich auf einer Klassenfahrt und das ist passiert. Die Tür geht aber nicht zu. Warte, 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 mach mal zu. Jetzt drückst du mit dem Schlüssel mal drauf. Also jeder kann einfach jetzt rein spazieren. Also folgendes Problem, nämlich können wir unsere Türen nicht schließen. Das heißt jeder kann theoretisch einfach so reinkommen. Kann auch vielleicht daran liegen, dass das gar nicht unser Zimmer ist. Die Tür einfach zufällig offen ist und wir jetzt denken, dass wir jetzt hier sind, weil das Zimmer hat ganze neuen Betten. Bisher mega insane, das ist gar kein Kloster eigentlich. Hier gab es nämlich viele Freizeitmöglichkeiten. Unter anderem eine Kletterwand, Billardtische, Tischtennisplatten und sogar eine richtige Bar. Geht immer noch nicht zu. Hä? Geht immer noch nicht zu. Geht immer noch nicht zu.